Ich melde mich hier aus meinem Studio. Frankfurter Klasse ist jetzt weg, die ganze volle Diorgen da. Obwohl, da waren ja zwei dabei, die haben mir ganz gut gefallen, gell? Die Zainab da, das türkische Mitschi da. Hm, ist lecker. Aber auch die andere, die hat es mir besonders angetan. Ich glaube, da geht was. Aber deshalb bin ich gespannt hier, ich wollte euch noch erklären, wie ich es eigentlich gemacht hätte, jetzt wo die Fakten sind, gell? Also... Franz? Bist du bereit? Gut, dann läuft. Jupp, du Sau! Wir lieben die Eintracht, wir lieben die SGE. Wir wollen wie 88 wieder auf dem Römer stehen. Alles wird vergessen und alles wird so schön. Wir lieben die Eintracht, wir lieben die SGE. Wir lieben die SGE. So hätte ich's gemacht. Okay? Also ich persönlich hätte es ja ganz, ganz anders gemacht. Aber gut, egal. So war es ja ganz anders. Wir lieben das, wenn ich mich nicht crack. Du caps mausinnatzen Maintenant. Untertitelung des ZDF, 2020